Mahnwache zum Jahrestag. Gedenken an Amokfahrt am Kudamm. 4 Milliarden Euro. Bundesregierung will Deutschlands Mikroelektronik fördern. Und Fäser dringt auf EU-Asylreform. Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 8. Juni. Mit einer Mahnwache soll heute der Opfer der Amokfahrt zwischen Gedächtniskirche und Luxuskaufhaus KDW in Berlin vor einem Jahr gedacht werden. Ein heute 30-Jähriger war am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm und der Tauenzienstraße in Fußgängergruppen gefahren. Besonders betroffen war eine Schulklasse aus dem hessischen Bad Areusen. Eine 51-jährige Lehrerin starb. 16 Menschen wurden verletzt, einige lebensgefährlich. Der Fahrer kam dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Bundesregierung will den Mikroelektronikstandort Deutschland mit 4 Milliarden Euro fördern. Die EU habe am heutigen Donnerstag ein entsprechendes Fördervolumen für Deutschland freigegeben, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck dem ZDF heute. Das ist eine der größten Förderungen, die wir jemals gemacht haben. Sie verteilt sich auf 31 Projekte in Deutschland, so Habeck. Unter den geförderten Projekten befinden sich laut Habeck sowohl international bekannte Großunternehmen als auch Zulieferer und Start-ups. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor einem Scheitern des EU-Treffens zu einer großen Reform des europäischen Asylsystems gewarnt. Es ist wichtig, dass wir jetzt zu Ergebnissen kommen. Anderenfalls ist mit mehr nationalstaatlicher Abschottung zu rechnen, sagte sie dem RND. Man müsse das Europa der offenen Grenzen retten. Bei dem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg soll laut Grünen-Chef Omid Nouripour eine Einigung bei der Asylreform nicht erzwungen werden. Wenn das Ergebnis feststeht, werden wir miteinander beurteilen, wie wir das finden. Ich kann nur sagen, wir werden nicht um jeden Preis alles richtig finden, sagte er im ARD-Morgenmagazin. Es sei offensichtlich, dass die derzeitigen Zustände an den EU-Außengrenzen nicht tragbar seien. Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten ist die Strecke zwischen Berlin-Ostbahnhof und Berlin-Hauptbahnhof der Fern- und Regionalbahn im Zeitraum vom Freitag den 9. Juni bis Samstag den 1. Juli 2023 gesperrt. Die Fern- und Regionalzüge fahren in diesem Zeitraum anders. Die S-Bahn ist dort nicht betroffen und kann zur Umfahrung genutzt werden. Paul Daday bleibt auch nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga-Trainer von Hertha BSC. Ich spüre das Gefühl, dass wir alle gemeinsam zum Wohl von Hertha BSC arbeiten, arbeiten wollen und arbeiten werden, wurde mitgeteilt. Ich glaube, das ist eine riesige Chance für Berlin, auch für die Fans, auch für alle, die hier für Hertha BSC arbeiten, dass wir eine Mentalität und eine Spielkultur aufbauen. Die Handballer des THW Kiel sind nur noch einen Schritt von der 23. Deutschen Meisterschaft entfernt. Die Mannschaft von Trainer Philipp Jicher gewann das letzte Saisonheimspiel gegen die HSG Wetzlar mit 38 zu 23. Kiel hat nun vier Punkte Vorsprung auf den SC Magdeburg und die um 41 Treffer bessere Tordifferenz. Sollte Titelverteidiger SC Magdeburg am Donnerstag gegen den TVB Stuttgart nicht gewinnen, wäre der Titel für Kiel perfekt. Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen, der zu zwei Raubüberfällen auf eine Bankfiliale am Alexanderplatz angestiftet haben soll. Die Taten ereigneten sich am 21. und 24. März 2022. Die Kriminalpolizei fragt. Wer kann Hinweise zur Identität und oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person geben? Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 in der Perleberger Straße 61 A in Moabit per Telefon, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Freitag zeigt sich der Himmel leicht bewölkt und die Tiefstemperaturen liegen bei 17 Grad. Am Freitag ist der Himmel überwiegend bewölkt und die Höchsttemperaturen liegen bei 28 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.